Ist der Bürgermausertag da? Hast du genug? Ich will einen Leon. Dann gehst du wieder hin mit ihm. Aufpassen. Aufpassen. Ich mach jetzt auch Sack. Du machst jetzt auch Sack. Dreh uns jetzt. Du zum Film, wenn wir drehen. Nein, der Wolfgang drehte ich. Welcher? Er? Ja. Er kann viel stärker drehen. Nein! Nicht, Papa! Wolfgang, geh schon. Nicht so stark drehen. Die Kinder tragen. Ja, drehen! Ich bin nicht so stark wie der Wolfgang. Ja, komm, geh mal. Es hat drei Tage gar nicht geschlafen. Servus. Es schaut ja aus wie der Papa. Gut. Also, Adios. Du schaust noch nicht. Und dann hören wir sie dann. Tschüss! Na gut. Tschüss! Schon fertig? Tschüss! 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 т